Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Tech-Talk-Folge. Ich bin Fabian und heute möchte ich mit euch über das Apple-Event am 15. September sprechen, das Apple jüngst angekündigt hat. Werden wir das iPhone 12 sehen, die Apple Watch Series 6 oder ein neues iPad Air oder gar den ersten Apple Silicon Mac? Alle Infos gibt's nach dem Intro. Viel Spaß! Und wir beginnen auch direkt mit der Apple Watch, denn mittlerweile gilt es als relativ sicher, wir werden wohl zwei Apple Watches auf dem Event sehen. Einmal die Hauptuhr, die Apple Watch Series 6, die ich euch auch schon in einem separaten Video vorgestellt habe hier auf dem Kanal. Die Apple Watch Series 6 wird als Hauptfeature die Blutsauerstoffmessung bieten, außerdem einen verbesserten Prozessor und verbesserte Akkulaufzeit. Das Ganze beginnt ab ca. 440 Euro. Und außerdem wird es wohl noch eine neue Budget Apple Watch geben, wahrscheinlich aus Plastik und im Design der Apple Watch Series 4. Wahrscheinlich ohne EKG und ohne Always-On-Display und natürlich auch ohne die Blutsauerstoffmessung der Series 6. Dafür natürlich wie gewohnt mit dem Pulssensor. Das Ganze soll ab ca. 230 Euro losgehen. Und was weiterhin für eine Vorstellung von neuen Apple Watch Modellen auf dem Event gilt, die Lieferzeiten für zahlreiche Apple Watch 5 scheinen sich erhöht zu haben. Außerdem als großes Hindernis galt immer, eine neue Apple Watch würde WatchOS 7 benötigen und WatchOS 7 läuft nur zusammen mit iOS 14. Und bislang galt, iOS 14 sollte erst zusammen mit den neuen iPhones im Oktober erscheinen. Aber jetzt scheint es so zu sein, als ob iOS 14 noch Ende September ganz regulär, so wie jedes Jahr Ende September, auch ohne neue iPhones veröffentlicht werden könnte. Und die Golden Master von iOS 14 soll sogar schon beim Eventtag kommenden Dienstag erscheinen. So, also, auch iOS 14 ist somit kein Hindernisgrund mehr für eine neue Apple Watch. Und es gibt noch einen Hinweis, dass eine Apple Watch oder mehrere vorgestellt werden sollen auf diesem Event, denn das Thema des Events lautet Time Flies. Das bedeutet, die Zeit fliegt oder verfliegt. Und was hat mit der Zeit zu tun? Natürlich die Apple Watch. Also, die Wahrscheinlichkeit für neue Apple Watch Modelle liegt bei 100%. Kommen wir zum iPad, denn es gibt relativ neue Gerüchte und Leaks. Apple bringt uns wohl ein neues iPad Air 4 oder auch iPad Air 2020 in einem Redesign im Stil vom iPad Pro. Und das neue iPad soll Pencil 2 Unterstützung bieten. Bislang konnte das iPad Air nur mit dem Apple Pencil der ersten Generation umgehen. Außerdem wird es wohl eine neue Größe geben. Bislang kommt das iPad Air ja in 10,5 Zoll daher. Jetzt soll das iPad Air etwas wachsen auf 10,8 Zoll. Ja, Touch ID wird wohl eine neue Position bekommen, denn das Design vom iPad Pro, das übernommen wird, sieht ja keinen klassischen Homebutton unten mehr vor. Demzufolge muss Touch ID entweder unter das Display wandern oder in den Powerbutton an die Seite. Dazu gibt es auch einen Leak von einer Bedienungsanleitung, der momentan durchs Internet geistert. Es ist allerdings ein bisschen umstritten, ob der authentisch ist. Nichtsdestotrotz, das sind die aktuellen Gerüchte und alle Leaker sind sich im Grunde einig. Ja, es wird ein neues iPad Air auf dem Event geben. Demzufolge ist die Wahrscheinlichkeit bei 100%. Ja, kommen wir zum iPhone 12. Ich sag euch, wie es ist. Die aktuellen Leaker sind sich nicht ganz einig. Einige erwarten, dass das iPhone 12 vorgestellt wird. Viele andere, wie John Prosser oder Marc Gurman von Bloomberg, nicht. Zeitlich würde es ja passen. Es ist September. Es ist eine Woche später als sonst. Aber warum sollten keine neuen iPhone-Modelle kommen? Zudem, es gibt Hinweise auf das iPhone 12 im Logo von der Event-Einladung. Nämlich dieses Time-Flies-Logo ist blau. Und blau soll auch die neue iPhone-Farbe sein, welche mit den neuen iPhones kommen soll. Und es wurde auch schon oft über dieses blau spekuliert. Also könnte gut sein, dass damit auch eine Anspielung auf die neuen iPhones gemeint ist. Das Motto, wissen wir ja, lautet Time-Flies. Und Time-Flies könnte nicht nur eine Anspielung auf neue Apple Watch-Modelle sein, sondern auch eine Anspielung auf den Time-of-Flight-Sensor bei der iPhone-12-Kamera. Aber, seien wir ehrlich, es ist wahrscheinlicher, dass mit dem Motto die neuen Apple Watches gemeint sind. Theoretisch besteht die Möglichkeit, dass Apple etwas zum iPhone 12 enthüllt. Aber das würde ja dann doch die Apple Watch 6 und auch das neue iPad Air ganz schön in den Schatten stellen. Außerdem hat Apple ja selber auf einer Telefonkonferenz zu den Wirtschaftszahlen mitgeteilt, dass die iPhones dieses Jahr etwas später kommen sollen. Und Apple könnte zwar natürlich auch jetzt die iPhones vorstellen und erst später ausliefern. Hat man in der Vergangenheit ja auch schon mal gemacht, zum Beispiel beim iPhone 10. Stand aktuell ist auf jeden Fall, die Standard-iPhone 12-Modelle sollen im Oktober ausgeliefert werden, also in den Handel kommen und die iPhone 12 Pro-Modelle im November. Und da wäre ein iPhone-Event jetzt im September doch ein wenig früh. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir das iPhone 12 auf dem Event sehen, schätze ich bei nur 10% ein. Aber, dass man jetzt allein mit einer Apple Watch, die tendenziell dazu noch eher wenig Neuerungen bietet, sowie einem neuen iPad ein Event füllen kann, ist doch auch ein bisschen unwahrscheinlich. Also, was gibt es noch, was Apple zeigen könnte? Eine ganze Menge. Zum Beispiel neuen Augmented Reality-Stuff. Denn Apple hat ja ein Easter Egg bei der Event-Einladung versteckt. Besucht man die Event-Webseite von einem iPhone oder iPad und klickt dann auf das Logo, dann öffnet sich ein im Raum schwebendes, animiertes Event-Logo, das ihr aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten könnt. Ihr könnt es verschieben oder vergrößern und verkleinern. Und außerdem haben auch Apple-Mitarbeiter diesen Hinweis bereits verbreitet. Und normalerweise überlässt Apple ja bei diesen Events nichts dem Zufall. Also, wer weiß, ob nicht was Neues zu AR kommt. Die Spekulationen gehen sogar so weit, dass einige damit rechnen, dass die Apple-Glasses sogar vorgestellt werden könnten. Aber lassen wir mal die Kirche im Dorf, das ist noch ein oder zwei Jahre entfernt. Kommen wir zu Apples AirTags. Denn die Gerüchte um diesen kleinen Ortungs-Chip, den man wohl auch an Schlüssel, Rucksäcke oder Klamotten pinnen könnte, die gibt es schon länger. Und diesen Teil-Konkurrent-Teil, macht ja ähnliche Geräte, hat man bereits vor einem Jahr beim iPhone 11 erwartet. Und dieses Jahr soll es jetzt endlich so weit sein. Und Apple hat sich da teilweise auch schon selber verraten mit eigenen Leaks im Code und wie auch immer. Allerdings würden die Apple-Tags eher bei einem iPhone-12-Event passen. Und demzufolge ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese kleinen Ortungsgeräte jetzt schon sehen, nur bei 20%. Wahrscheinlicher ist dagegen, dass wir die Apple-AirPods Studio Kopfhörer sehen. Die Gerüchte um diese Over-Ear-Variante von Apples AirPods Brand, die gibt es ebenfalls schon länger. Diese sollen natürlich über Noise-Cancelling verfügen, das sogar besser ist als bei den kleinen AirPods Pro, was natürlich auch hardwarebedingt ist, also bauartbedingt vor allem. Und natürlich, der Sound soll auf dem Top-Niveau von Bose oder Sony liegen und daher deutlich über dem Niveau der normalen AirPods oder AirPods Pro. Außerdem sollen die AirPods Studio den neuen räumlichen Surround-Sound von Apple unterstützen. Und der Sound soll auch pausieren, wenn ihr die Kopfhörer von den Ohren nehmt und im Nacken platziert. Und dann soll der Sound eben weiterspielen, wenn ihr sie wieder aufsetzt. Außerdem auch interessant und auch eine Neuerung in diesem Segment. Die Kopfhörer, die sollen erkennen können, wie rum ihr sie aufsetzt. Also so rum oder so rum soll keine Rolle spielen. Die Kopfhörer sollen erkennen können, auf welcher Seite die Ohrmuscheln sitzen. Also es gibt somit kein rechtes oder linkes Ohr. Das Audio wird automatisch angepasst. Außerdem soll es wohl eine Touch-Steuerung an der Seite geben. Natürlich Siri-Integration. Und die Veröffentlichung wird schon für den Herbst anvisiert. Außerdem sollen die AirPods Studios austauschbare Komponenten mit Magneten bieten. So soll man zum Beispiel das Kopfband oben austauschen können oder auch die Ohrmuscheln. Zum Beispiel in verschiedenen Farben, sodass man sich seine ganz persönlichen Kopfhörer zusammenstellen kann. Die Gerüchte gehen sogar so weit, dass es sogar möglicherweise möglich sein wird, sich ein Mikrofon in Podcast-Qualität über diese austauschbaren Komponenten an die Kopfhörer dran zu machen. Oder eine besondere Wasserfestigkeit oder irgendwas anderes. Ist allerdings nicht mehr als pure Spekulation. Kosten sollen die neuen AirPods Studios auf jeden Fall 300 bis 400 Euro. Die Wahrscheinlichkeit würde ich momentan bei 50% einschätzen, dass wir die sehen werden. Sie würden allerdings auch gut zu einem iPhone-Event passen. Ja, kommen wir zum Apple HomePod. Besser gesagt zum Apple HomePod Mini. Denn eine Baby-Variante vom HomePod wird auch schon länger diskutiert. Wichtig ist, sie soll günstiger als die bisherigen HomePods sein. Leicht abgespeckt von den technischen Daten. Soll trotzdem noch bombastisch klingen. Aber wichtig ist, der HomePod Mini soll mehr Konkurrenz zu den Smart Home Speakern von Google und Amazon bieten. Denn der bisherige HomePod ist technisch zwar top, ja, also klingt super, ganz fantastisch. Aber ist einfach zu teuer, um mithalten zu können. Und der neue HomePod soll dann zusammen mit den AirPods Studios bereits im Oktober kommen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein HomePod Mini auf diesem Event sehen, sehe ich bei 70%. Wie sieht es aus mit den Apple Silicon Macs? Der erste Apple Silicon Mac soll ja noch 2020 kommen. Und laut DigiTimes wird erwartet, dass TSMC die Produktion vom Hauptprozessor, dem A14X, im vierten Quartal aufnimmt. Die Gerüchte sprechen von einem Dezember-Release, möglicherweise von einer Neuauflage des superleichten 12 Zoll MacBooks mit einer bombastischen Akkulaufzeit von 15 bis 20 Stunden. Und laut Bloomberg sollen die ersten Mac-Prozessoren von Apple zwölf Kerne besitzen, acht High-Performance-Kerne sowie vier Low-Energy-Kerne. Der Grafikprozessor kommt natürlich ebenfalls von Apple. Details natürlich zum Modell, Angaben zur Akkulaufzeit und natürlich Benchmarks. Das ist ganz wichtig und das würde man eben auf so einem Event erwarten. Aber da eben der erste Apple Silicon Mac wohl erst im Dezember kommt, ist eine Vorstellung auf diesem Event eher unwahrscheinlich. Frühestens auf dem Event, auf dem iPhone-Event im Oktober, das macht mehr Sinn. Die Wahrscheinlichkeit liegt daher nur bei 10%. Ja, wie sieht es aus mit einem neuen Apple TV, denn ein neues 4K Apple TV mit verbesserter Hardware, neuer Fernbedienung, speziell auf Apple Arcade zugeschnitten, die ist schon länger im Gespräch. Ja und insbesondere auch natürlich hier die neue Fernbedienung, das wäre natürlich eine wichtige Sache. Seien wir mal ehrlich, so nett diese Idee war mit diesem Touch-Bedienfeld auf der Fernbedienung, es hat sich in der Praxis nicht so wirklich bewährt. Das Ganze ist ebenfalls auch schon länger im Gespräch, aber die aktuellen Gerüchte besagen, dass Apple das neue Apple TV verschoben hat und es soll wohl erst im nächsten Jahr soweit sein. Daher auch hier, die Wahrscheinlichkeit liegt bei nur 10%. Viel wahrscheinlicher ist allerdings, dass wir etwas zu Apple TV Plus sehen, also eben nicht der Hardware, sondern dem Streaming-Service mit Film und Serien, weil es ist echt richtig frustrierend, wie langsam das Angebot von Apple TV Plus wächst, also könnt ihr gerne mal sagen, wie ihr das seht. Es werden aber dringend neue Serien- und Filmvorstellungen benötigt und auch erwartet und insbesondere doch, da Apple so hochtrabende Pläne mit Apple TV Plus hat und viel, viel Geld in die Hand nimmt und es würde natürlich super zu diesem Event passen, da man auch richtig viel Zeit hätte. Also ich schätze es als sehr wahrscheinlich ein, dass wir etwas Neues zu Apple TV Plus sehen und denke, dass wir zu 80% etwas Neues sehen werden. Ja, kommen wir zu Apple One, denn bei Apple One soll es sich um das neue Service-Bundle von Apple handeln und da wird gemunkelt, dass Apple verschiedene Services eben bündeln könnte, wie eben Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News oder sogar iCloud-Speicherpläne, also die ganzen Abo-Angebote in einem Angebot zusammenfassen könnte und das Ganze soll wohl für iOS und sogar Android kommen. Die Preise sind natürlich noch nicht bekannt, aber logischerweise sollte ein zusammenfassendes Angebot günstiger sein, als wenn ihr die Abos einzeln kaufen würdet. Also man sollte sich da wohl auch aussuchen können, welchen von diesen ganzen Services man eben gerne in diesem Apple One Abo haben möchte und das wurde bereits von Apple selber geleakt, nämlich unter anderem in einem Android-Coach der Apple Music App. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier was sehen, liegt bei 90%. Außerdem gibt es natürlich noch Gerüchte um einen neuen Fitness-Service von Apple mit Video-Coaches, der kommen soll. Generell muss man sagen, die Prozentzahlen hier in dem Video sind natürlich mit Vorsicht zu genießen und nur meine persönliche Einschätzung, aber ihr merkt schon, Apple hat definitiv genug Stoff für mindestens zwei Keynotes in diesem Jahr. Gebt doch mal eure Einschätzung in den Kommentaren ab, was ihr glaubt, was kommt. Worauf freut ihr euch denn auch am meisten? Ja, kommen wir noch zu ein paar generellen Infos zu dem Event selbst. Also am Dienstag, dem 15.09. wird es soweit sein, um 19 Uhr deutscher Zeit. Das Ganze ist kein Live-Event, also kein Live-Event mit Publikum in Corona-Zeiten, sondern wie bei der WWDC ein vorab aufgezeichnetes Event, wahrscheinlich wieder von extrem hoher Qualität. Da hat Apple ja richtig Maßstäbe gesetzt. Und ihr könnt das Event auf YouTube, auf dem Apple-Kanal verfolgen, über die Apple-TV-App oder über die Apple-Webseite. Links gibt es auch in den Shownotes. Ja, das war es jetzt mit dieser Folge vom Tech Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr eine Korrektur habt oder Feedback senden wollt, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren machen oder eben an feedback-at-fabians-tech-talk.de oder als Sprachnachricht unter anchor.fm-fabians-tech-talk. Diesen Podcast hier könnt ihr dann auch nicht nur auf YouTube verfolgen, sondern auch als Audio-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch der Tech Talk gefällt und ihr keine zukünftigen Ausgaben verpassen wollt, würde ich mich, wie gesagt, sehr über ein Like und ein Abo freuen. Ich danke euch fürs Zuschauen oder Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Fabian. Fabian.